Nach dem gestrigen Best-of breche ich heute am 21. Dezember gleich noch einmal mein Versprechen keine Hardware vorzustellen, die es in 2012 schon mal ins Blog geschafft hat. Guten Morgen erstmal. Das hier ist die Elgato Game Capture HD, eine kleine wundervolle Box, die mein Bloggerleben einfacher macht, weil sie das Video vom iPhone und iPad Bildschirm direkt abgreift und auf der Computer-Festplatte speichert. Dafür war die Box eigentlich ursprünglich gar nicht gedacht. Sie war so für Xbox und Wii U gedacht, um das Bildschirmgeschehen mitzuschneiden und dann auf Twitch zu streamen. Aber iPhone und iPad funktionieren ganz großartig. Es gibt mittlerweile Optionen zum Bildschirm zu schneiden. Man kann Sachen an iTunes direkt übergeben, an Final Cut, was ich mache. Wer irgendeinen Anwendungsfall in diese Richtung hat, für den ist die Game Capture etwas. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, auf ins letzte Wochenende vor Weihnachten.